Sehr gut, jetzt haben wir zumindest das Fenster offen. So, safe and sound. And free to leave, little guy. Eh, or not. As you please. Now it's all filled with gas from the dry ice. Ich will den Bienen nicht gut tun. Ja, okay. Äh, nicht schlecht. Hol mir jetzt das Bienenwachs heraus. Ja, oder nimm das ganze Nest mit. Irgendwann wachen die Bienen zwar wieder, obwohl, ne, die wachen nicht mehr auf. Das finde ich schlimm. Bienensterben ist nicht lustig. Diesen Wachs ist mein. Zeit, das zu Hans für die Kandeln zu machen. Gut, das können wir ihm dann schon mal bringen. Vielleicht ist er dann abgelenkt mit dem Helm und den Helm könnten wir dann dem, äh... Hey, have a look at this, Hans. These Wax. Janneke said we can use this for candle making. Oh, great. I, I hope you didn't hurt yourself getting it down. Nope. I'm way too super clever for that. Hehehe. Well, I only need the Wax inside. Do you mind staking the husk for me? That means we just need a wick to make the candles now. Nice work, Winnie. Let's see then. That means we still need something to make the wicks out of for the candles. Something to make blue dye. Something to make p-p-p-purple dye. Something to make w-w-white dye. To somehow steal Mrs. Volk's spellbook. And then, that should do it. Ah, still so much left. Don't worry, Winnie. You're doing well. You can do it. So. Ja, zwei Sachen haben wir schon mal. Blaue Farbe, weiße Farbe. Und jetzt werde ich mir noch das Jojo holen. Äh, indem ich... ...dem Wilhelm... ...einen Helm gebe. He does keep hitting himself, and this would be hard enough to protect his head. Hey, Wilhelm. Sup, Win. Think I could trade you this for your yo-yo? Get out. What do I want with some stinking beehive? Beehive? Huh? No. This is a helmet. Don't you see? See, there's the... Uh, eye hole. One? Hello, Winnie. I have two eyes. Buh. It's, uh... It's better for your perception that way. Or something. And cooler. So you'll look super cool. And you'll be protected from your yo-yo. Super cool, you say? All I want is to borrow your yo-yo. Just for a little bit. Mmm, alright. If you say so. But you better give it straight back, yeah? Yeah. Psh. Of course. How is it? Super cool? That look cool, right? Oh, yeah. Absolutely. The coolest. Yeah. Sweet. Okay. Ha. Who's the tough guy now, Wilhelm? Wait, tough girl? No, but then he... Eh, who cares? I have his yo-yo. According to Hans, I should be... Ha! There's also a bit here about bees. Apparently, bees' aggression is the result of pheromones. It goes on to say that blowing smoke onto them. That's hatten we schon. According to Hans, Aha! Parent goes on to say... Yeah, that's hatten we schon. So, was können wir jetzt mit dem yo-yo anstellen? Ah, könnten wir mit dem yo-yo an dem Fenster irgendwie... Nah, I'm done with that for now. Hä? Damit hast du noch gar nichts angestellt. Könntest du denn da mit dem Tee... Grossen-up without adding anything to it. Messing with Janneke's precious apple could be funny. But nah. Nah, it's lit now. Okay. Okay. I'm not sure what good that would do. That doesn't need any dusting. I got enough. Any... I don't even want to imagine mothers' reaction. Okay. That funktioniert nicht. Aber wir können nochmal ins Fenster gehen. Hmm. Is there any purchase place? Go play all right. It's übrigens auch der perfekte Ort, um das yo-yo mit dem Schlüssel anzuwenden. Ehh. I don't think I'm getting the key with that. No way, I'm not... Ja, ja, da willst du es nicht wieder zummern. Schön. So, schlüssel. Ehh. Willst du wirklich den Apfel nicht vergleichen? Messing with Janneke's precious apple could be funny. Nein, will sie anscheinlich. Ehh, was könnten wir denn... Könnten wir das Zauberbuch da... Swap you this for your Spellbook, Mother. Away from that book, Winfriede. Nein. Okay, können wir auch nicht machen? Schade. Mal überlegen, was wir machen könnten. What haben wir denn noch hier? Oh, okay. Ich glaube, ich bringe erst mal dem Hans die Zutarn. Hier, Hans. Das ist eine blaue Krum. So, das weiße Kreide. Ah, ich bin nicht sicher. Aber, würde das für eine witte Kandle funktionieren? Schock? Ja. 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 Ja, das... Das sollte gut funktionieren. Mal sehen, dann. Das bedeutet, wir brauchen noch etwas, um die Wicks zu machen, um die Kandle. Ja, ja. Okay, ich weiß jetzt nicht, was sie noch gesagt hatte, aber wahrscheinlich nur, dass es etwas weniger wird. Hey Hans, will die String an dieser für die Kandle wick funktionieren? Das ist großartig, Winnie. Schöne Arbeit. Mal sehen, dann. Das bedeutet, wir brauchen noch etwas, um etwas zu machen, um etwas zu machen. Und dann... Nur zwei mehr. Zwei mehr und dann sind wir fertig. Gut. Äh, wir haben noch die Blumen, also denke ich mal, dass wir, ähm, lilafarbene Bären brauchen. Und deswegen, Yringle, äh, die Blumen geben, damit die beiden sich verlieben. Okay, Yringle. Du willst deine Affektion zu jemandem zeigen, richtig? Nein! Well... Y-yes. Und du wirst nicht wissen, wie es mit Worten in Worten, richtig? So, was ich nicht? Well... Diese Blumen sind besonders, in dass sie deine Affektion für dich expressen. Du musst nicht sagen, eine Worte sagen. Think of es wie eine Signale, die sagt, Hey, ich liebe dich. R-Really? Das ist nicht ein Trick, ist es? Das ist ein Kindes Trick, Winnie. For crying out loud, do du willst du das oder nicht? Uh... Gimme es! Uh... Please! Please, give me one! So... Uh... You're going to put it on or...? Yeah, of course! I just... Go away, you're making me nervous! Alright, Loverboy! Geez! So grateful! Who is so supposed to be the sign of the throne and the Senate? The Senate is being taken to the throne and the Senate is up to the throne and the king and the king. Können wir mit Euringel sprechen? Nein, können wir nicht. Aber wir haben lila Farbe. Das ist sehr gut. Gehen wir erstmal Hans. Oh, danke, Winnie. Mutter, schau! Schau an das, Mutter! Winfriede, bitte. Ich bin beschäftigt. Geh, siehst du. Für Janneke? Nein, es ist aufgelistet. Ich lasse es einfach schade. Ich lasse es nicht in da. Nein, ich will nur... Können wir da nochmal drüber lesen? Ja, aber den Geruch haben wir jetzt, ne? Kann ich mir den Schlüssel jetzt nicht nehmen? Hm... Was würde ich mit einem stupiden Familienbild? Ich sehe sie genug in der Schule, wie es ist. Ja... Gehen wir nochmal zu Hans. Vielleicht hat er ja was Neues. Ja, das wollte ich nicht. Was können wir hier noch nehmen? Was könnten wir hier noch gebrauchen? Werkzeug? Nein, ich denke, Hans braucht sie mehr als ich. Mann, das hätte ich jetzt gut gebrauchen können. Heya, Hans! Oh, hey, hey, Winnie. Was ist das? Wo ist dieser... Hey, wie war das mit dem... ...Trockene Eis nochmal? Hey, ich kann jetzt vom Fenster aus... ... bei deiner Prüfung helfen. Alles total heimlich. Hey! Ich kann dir mit deinem Test durch die Türkei helfen. Alles sneaky-like. Let's go practice your test. Oh. Okay. Also, du hast etwas bereit, um mir zu helfen? Äh... Sure! Sure! Ah, jetzt ist sie abgelenkt. All right then, Hans. Whenever you're ready. Hmm... 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 This is no good. Better just go meet him back at the hideout. Oh. Sie sind echt nette Kerle. Ah, sorry, Hans. Guess I'm not much help after all. Oh, don't worry, Winnie. We'll... We'll get it next time. Okay, ja, jetzt haben wir den Schlüssel. Das heißt... Wir können jetzt... Die Hütte aufziehen. Das war irgendwie sehr einfach, den Schlüssel zu bekommen. Oh, so ne... I finally did it! I'm in... The Shed! Hmm... This isn't as cool as I thought it would be. Less shiny, interesting toys, more... Dust and rusty tools. Oh, was so üblicherweise in einem Schuppen drin ist, ne? Okay... Hmm... Handschuhe. Oh! At least there's some gloves we need. Got something from my troubles. Können wir das auch mitnehmen? Ach so, da können wir nichts mehr mitnehmen. Ach so, da können wir nichts mehr mitnehmen. Ja, das ist, ähm... Das ist traurig. Hä? Also... Sie hat jetzt einfach ein Stück Trockeneis rausgenommen, okay? Okay. Jetzt kommen wir ihm her... Heya, Hans! Oh! Hey! I can help you with your test through the window. I'll... Let's go practice... Oh... Uh... Gut. All right then, Hans. Whenever you're ready. Trockeneis in den Tee. Okay. Moment of truth. Hope my aim is good. Und jetzt wirft sie daneben und voll ihr ins Gesicht um... Passed. You should be proud. Och, Hans. What's all that then? What the heck, Hans? Oh, hi, Winnie. That worked wonderfully. With the tea being hot, the sublimation happened even quicker than I calculated. Why didn't you just tell her how you did it? She's always telling us we're wasting our time, putting us into tension. Just when she was impressed, we could have shown her she's wrong. I... I got the spellbook though, Winnie. Isn't that enough? Um... No. She... She has to know. She can't always bully us around. She does care about you, Winnie. What about you? The stuff in here you've made? This isn't a waste. This has potential. It... It has things even witches can use. And learn from too. But it... It was a test for witchcraft. I... I... Would have failed. And not just that, Winnie. Mrs. Volk's whole life is dedicated to witchcraft. And people need time to accept changes like that. Don't you see? No. I don't see. Your experiments deserve attention. Not like this, okay? If we want other people to be patient and understanding, then we need to be patient and understanding too. Okay, Winnie? Ugh, fine. For now. They'll see eventually. But... But good work. On getting the book and stuff. Hee hee. You too, Winnie. We made quite a team, huh? Uh... Sure. Whatever. I'm... Going to go find... Stuff. B-b-but, Winnie. Wait. That means... Now we have everything. We have it all now. Wait. You mean... The incantation? Let's do it. Good. Yes. Now we have to continue. Then the candles go here... And here. Right. That's good. Okay. Good. Now just read from this bit here, Winnie. Me? Why me? You say it. Winnie? Oh right. Fine. Give it here. Ahem. Oh great and all-knowing goddess. Come to me. Here is the place and time for thee. I wish to open the eye of three. Oh great and powerful Minerva. Allow me to see. That's it, Winnie. It's working. Uh... G-gift me with your sight and awareness. Open to me my knowing within. Make others' thoughts clear. So it is plain what is mine, and what is theirs. So... So mote it be. Me? Enough. 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 You who will toy with the spirit. You who bring suffering and pain. Me? Suffering and pain? Audi alterum parten. The path is already writ. The girl with the third eye watches. But it is too late. Too late. Third eye? W-what girl? Me? Not for you. Never for you. The stones will not work. Only for her. Where the girl's eyes are open, yours are forever closed. My test! My test! I need them! Your soul too far corrupted. The third eye girl will empower the dark. You should never have sought to steal her spirit. Steal the spirit? N-no! My machine! The devil's hand closes in to beget a life of evil. W-what are you talking about? Hans! What is she talking about? We need... So much hate. So much sorrow. So much death. No! Stop! P-p-please! Life will be gone. She cannot rejuvenate. Only understand. The word is irrevocably woven. But the pattern is incomplete. Wait! Weird? Already woven? Now, in the falling of dusk, the owl of Minerva spreads its wings. Late as it may be, seek the third eye girl who intends to remove you. Remove me? A girl removing me? Janneka! Reject her hand, and there is no hope for you. Take her hand. Take it. Let it end. Let it end. Let it end. Huh? I... I... I don't understand. My third eye... Can't be opened? Winnie! Winnie! This is bad! I know it's bad! My test! No, Winnie! If I can't get this Telekaminos, then... Then... Then what am I going to do now? Maybe... Maybe we should stop now, Winnie. Yes. That's it. That's what I have to do. We should have done it from the beginning. Wait. You... You don't mean... I have to get it. I have to get the Amber Orb. Winnie! No! The Vice of Frauen! Nonsense. I'm not failing this. I'm going to prove them all wrong. Mother. Janneka. All of them. Winnie, if something happens to you... Don't you see? I'm out of time. This... This is our weird we're talking about. This is my life! I don't want to have a bad fate given to me, Hans. I... I know, Winnie. I'm... I'm just saying that if something happens to you... It has to be her. She's the only one who has seen it. If she won't tell me where it is, then I'll just... I'll make her show me. But if something happens to you, Winnie, then I'll be... be... all alone again. Oh. Das ist, äh... ziemlich tragisch. Naja. Ja gut. Ich denke mal, das Spiel nähert sich so langsam dem Ende. Also würde ich jetzt vermuten. Und deswegen mache ich an dieser Stelle nochmal einen Schnitt. Und würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin noch. Viel Spaß beim Zusehen. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und auf Wiedersehen. Ich hoffe es hat euch wieder. Und bis zum nächsten Mal wieder sehen. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal wieder sehen. Bis zum nächsten Mal wieder sehen. Vielen Dank.